Geht nachher! Yeah! Ja! Ja! Geschenke! Äh, so! Was bin ich denn für der ehrliche Verkommene Tricks noch? Volker ist Bastard! Möchtest du dir so? Möchtest du dir geschenkt haben? Ich bin geschenkt mit einem älteren Mann! Will ich so anhört mit? Ich möchte tote Anzug, ob wir gegenradiert werden! Wir geben mir viele! Ich verriere! Ja! Schämmt du mal her! Wir wollen vorbei! Sollt mein Mann meistens sein! Denn so her! Ha, mischte ich sie! Sei nicht so irisch! Wer muss strengst du mir sein? Oh nein! Geh dich mal zu einer schraffenden Ehrung! Wer ist das wichtig? Wer ist nur interessant? Ich weiß, dass ich grüne Schönheit bin! Aber ich beigere, dass du alles an mir ausverlierst! »Gesich mal zu einer schraffenden Ehrung, ist einfach zu einer« »– »& Gäste 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 Gäste« Meine Damen und Herren, Schluss mit diesem sexistischen Gedürme, hier sind schon Eier auf die Bühne geflogen. Ich bin damit. Es gibt hier Proteste, ich habe vieles gehört. Wir versuchen uns jetzt mit einfachen Kindergärten wieder zu mitsähen. Das nächste Lied ist ein einfaches Lied zum Mitsingen, Sie kennen es alle, weil es handelt von dem Menschen, der zu den Fährschiffern ruft, befreien. Das Lied heißt eigentlich Fährschiffer, befreien. Aber der Text ist so mitsingen, deswegen gehen wir den Text kurz aus. Es heißt, der Text heißt, nimm mich mit auf dein Schiffchen kleines Haus, nimm mich mit auf dein Schiffchen kleines Haus, nimm mich mit auf dein Schiffchen und wir leiden keine Lohn. Und gefordert an uns, wenn Sie irgendwelche Ahnung von der christlichen Seefahrt haben, so kann ich Ihnen nur dringend anraten, bei diesem Lied mit zu singen. Sonst würden wir hinterher gezwungen sein, ein noch viel dümmeres Lied Ihnen vorzusingen. Und dann singen Sie den Stift mit. Und ich meine, Sie müssen auch die Beanspruchung für mich hier tolerieren. Ich singe immerhin über das Mikrofon, das Mitch schon im Arsch hatte, bei seinen Kurzfrauensversuchen. Insofern, um nie viel einfacher ist es, wenn Sie mitsingen, den einfachen Kein, nimm mich mit auf dein Schiffchen kleines Haus, nimm mich mit auf dein Schiffchen kleines Haus, nimm mich mit auf dein Schiffchen und wir leiden keine Lohn. Und ich meine, Sie müssen auch die Beanspruchung für mich hier fuhren, nimm mich mit auf dein Schiffchen kleines Haus, nimm mich mit auf dein Schiffchen kleines Haus, nimm mich mit auf dein Schiffchen kleines Haus. Und weiter schulden wir in Italienisch. Und weiter schulden wir. Und weiter schulden wir. Und weiter schulden wir in Italienisch. Ein Lied, was so einfach ist, dass selbst Sie mitsingen können. Das Lied hat zwar einen komplizierteren Titel, ist aber von der Textführung her sehr schlicht gestaltet. Das Lied heißt, Aufschrei der Kreaturen im Moment des Bewusstwerdens. Das Lied hat den einfachen, komplizierten Titel Aufschrei der Kreaturen im Moment des Bewusstwerdens. Wobei der Text noch einfacher gestaltet ist als eben. Der Text ist nämlich einfach nur... Ich kümmere das Lied jetzt nochmal mit seinem ganzen Titel an und bitte Sie dann alle mitzusingen. Das Lied heißt, Aufschrei der Kreaturen im Moment des Bewusstwerdens. Eins, zwei, drei. Sie konnten doch singen. Sie konnten direkt bei den Fischerküren anfangen. Da kommt sie. Das Lied ist aber so einfach mit dem, was er eineких Ursache versucht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was glaubst denn du, wie hoch ist dein Eq? Was glaubst denn du, wie hoch ist dein Eq? Dein Eq! Was glaubst denn du, wie hoch ist dein Eq? Was glaubst denn du, wie hoch ist dein Eq? Was glaubst denn du, wie hoch ist dein Eq? Was glaubst denn du, wie hoch ist dein Eq? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020